So, der ist ja jetzt fertig. Ich bin Jürgen vom FAT Lab Bremen und ich zeige euch mal kurz, wofür diese Dinger hier gedacht sind. Das sind Fiverritive Space Shields. Damit kann man eine Bedeckung für das ganze Gesicht herstellen. Die werden auf so Acetatfolien, wie man sie vom Overhead Projektor kennt, aufgespannt. Die einzelnen Löcher werden durch diese Pinöpel durchgezogen. Sacki, hinten hat es ein Gummi und damit kann man in Corona-Zeiten astrein sicher einkaufen gehen. Es ist ein Spuckschutz, also man spuckt niemanden mehr so leicht an. Man kann so leicht nicht mehr angespuckt werden und man fasst sich nicht andauernd ins Gesicht. Ich hoffe, das ist jetzt so klar. Also, was wir hier jetzt gemacht haben, das ist kein medizinisch geprüfter Profi-Super-Gesicht-Shield. Es ist eher eine behilfsmäßige Lösung. Das muss man von vornherein wissen. Entstanden ist das hier im FabLab Bremen am Postamt 5. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut mal auf unsere Webseite fablab-bremen.org www.fablab-bremen.org 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 Vielen Dank.